Pass außen auf. Ne, wir haben halt über. Warte aus. Nein, er hat mich gestinkt. Ich fass es nicht. Ich finde, es gibt, wie wir alle wissen, Sachen, die man nostalgisch sieht, zu denen man wahrscheinlich niemals nochmal zurückgehen sollte. Die hast du früher toll gefunden und wenn du sie jetzt nochmal anpacken würdest, dann würdest du sie nicht mehr so toll finden. Aber es gibt halt auch genau das Gegenteil von boah, ich fand das damals voll geil und ich erinnere mich so gut dran. Und dann fängst du es an und dann einfach nur Gefühle. Final Fantasy 9 und 10 sind ja mitunter meine besten, liebsten Spiele aller Zeiten. Jedes Mal, wenn ich zu diesen Spielen zurückgehebe, bin ich einfach nur froh und glücklich. Einer meiner anderen Spiele, die ich damals unendlich viel gezockt habe, war Morrowind. Aber zu Morrowind zurückkehren ist zum Beispiel voll sch***. Weil Morrowind ist so schlecht gealtert. Es macht überhaupt keinen Spaß. Gatebrom mit ein paar Mods, okay. Keine Sorge, ich, Alligator, ich habe das auch alles schon probiert mit tausenden Mods und sonst was. Das Gameplay ist schon ziemlich sch*** gealtert, wenn du mich fragst. Ja, das Kampfsystem ist halt na das die ganze Zeit gewesen. Oh, warte mal, was? So die ganze Zeit. Ich gehe auch irgendwie lieber immer auf Waffe und dann... Ja. Haben wir die nämlich direkt. Ich glaube, der ist fracked. Mein Kill. Nein. Dein Kill? Ja. Jetzt hast du ja Luft von uns, links zu den links. Ach, du hast ihn schon. Ich habe ihn schon. Ich weiß nicht, ob das gelohnt hat, beiden meine Waffen dafür zu sch***, aber ich habe ihn. Ja, für den Kill lohnt sich das immer. Kannst du das Team verkaufen um einen Long-Range-Strek und dann haben wir angegriffen. Ja, ja, genau. Ja, genau. Und? Nicht wert. Vom Berg angeschossen. Da so. Schade. Oh mein Gott. Boah, das war... Der war so am schwitzen auch. Ja, lächerlich, dass du mich kriegst. Loll! Beweise, dass wir es noch draufhassen, Soldat. Ich habe falsch rumgeschossen. Yes! Ist das noch die goldene Regel oben? Nein, es ist einfach nur, weil wir bessere Freunde sind. Da habe ich es jetzt in der Sekunde auch festgemacht. Ja, ja. Dabei habe ich doch mehr Kills und mehr Schaden. Ja, ja. Aber wir sind halt bessere Freunde. Machst du schon, oder wie? Oder die Zone ist halt viel zu schnell, Mann. Oh, die kann ich halt knicken. Der ist chaot. Oh, geil. I got it try. Ich werde sowas von der... Nein, vom Berg. Den habe ich auch chaot. Haben die sich auch zu retten? Na, der rechter, der kommt natürlich, ne? Wäre ja dumm, von ihm jetzt uns zu holen. Ja, ja, klar. Das sind die, die uns jagen, bestimmt. Nach daher. Schon weg, glaube ich. Ja, hier rein. Oh, der war knapp. Hallo. Nein, der hat die Waffe nicht gewechselt. Und der andere ist ganz unten, wenn dann. Scheinbar, ja. Unten rein. Den habe ich schon mal. Der andere ist auch low gewesen. Nee, mit einer. Nice. Tschüss. Danke schön. Stark gespielt. Lass sie langsam die HDR. Oh. Nice. Er ist durch das Gitter diffundiert. Ich habe ihn flüssig gemacht mit meiner HDR. Ja, wirklich. Wie das aussah. Den treffe ich jetzt. Ich würde auch gerne mal was sehen hier. Oh, Hit. Nein, er geht immer anders, als ich denke. Er ist hinterm Stein. Nein, warte. Er ist cracked, er ist cracked, er ist cracked. Nein, was? Ja. Level 1. Oh, er soll Level 1 gewinnen. Oh, 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 nein. Von was? Unter uns im Haus hier. Ach, hier, ne? Ich habe nicht zu high, klar. Geht's denn? Ciao. Hä, bei uns im Haus? Ja. Nein, ich habe nur den anderen gesehen. Rush auf dich. Ich bin flashed, er ist one shot. Er ist K.O. Bei mir ist einer. Einer auf deinem Dach. Was war das? Noch einer. Werfer. Pink. Der Granatwerfer, Vorsicht. Ja. Bei mir im Haus? Ja, ich muss. Danke. Werfer Betäubungsgranate. Du wirst schon wieder. Der Besteste. Er ist immer noch hier drin, irgendwo. Würde ich schätzen. Über uns wird jemand aufgeweckt. Ah, du bist du. Schau, Mann, nö. Wo ist denn da jetzt? One shot. Like, literally. Guck mal, Drohne. Ey, Freunde. Oh, da wurde ich sehen. Äh, willst du echt auf die drauflaufen? Da sind ja nur zwei, die hauen gerade ab. Hab leider nur... Zwei Hitze gemacht. Eine Chaot. Wo hast du den Chaot? Äh, direkt vor mir hier. Er renzt gerade, glaube ich. Ja. Alter, wie er mich gelasert hat plötzlich. Er hat ne Dragunov. Aber ne Koopa, komm. Oh, hi. Who this? Hallo. Sind hier mit lang? Ich hab ein K.O. Der war dahinter schon weit. Aber ganz weit im Nordosten ist einer. Hier ungefähr. Oh. Ungefähr hier jetzt? Dahinter? Hab den Feind im Visier. Sag ich doch. Ich hab keine Platten, Max. Snack mir welche. Ja, ich hab ne Plattenkiste. Oh, geil. Chad hat gesagt. Geil. Wir hätten Geld für ne Drohne, falls wir das haben wollen. Oder wir sparten... Achso, ne. Lieber Lowdown, ne? Gas breitet sich aus. Neue Sicherheitszone... Kommt hier. Hier. Das Ziel ist feindlich. Oh. Der lasert ja. Ich... Ich dachte beim Nosefind sind... Nehm uns, nehm uns. Ach, du Heilige. Das haben wir... Ganz gründlich verkannt. Ich hände das alles nicht mehr. Warum? Warum? Oh, okay. Dein Teammitglied hat den Kampf verloren, um zu kehren zur Basis zurück. Oh, okay. Der darf nicht umsonst gestorben sein. Perfekt. Kannst du schaffen? Ja, in dem Haus ist jemand. Na, sag ich doch. Der hat sich selbst getötet? Er hat sich selbst getötet, ja. Ich würde schätzen... ...zollt du AK mit dem Rupunk-Visier halt rein. Macht Spaß, Mann. Die haben wirklich Spaß. Ich weiß, dass es nicht die beste Waffe ist oder so. Macht Spaß. Man kann sich ja wirklich auf die verlassen, auf die Entfernung. Unter uns direkt. Oh Mann. Oh, lasert. Ey, wo ist der? Ist der in der mittlere Ebene? Bei mir direkt, wer kommt. Nein. Ich weiß nicht, wie man hochkommt. Bin zu schlecht. Nein! Komplettes Team plötzlich, ne? Kann nach oben. Einer weg. Hab einen. Potenziell nur noch einer, ne? Oh ja, der ist bei mir. There's one, there's one. Ja. Der hat safe gehabt, der ist los. Safe, 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 safe. Wer? Ach, da ist noch einer. Hä? Wait, aber da haben wir vier getötet. Ich lasse dich nicht sterben. Ei, 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 ei. Okay, kannst du kurz Max holen? Der was? Junge. Ja, hier. Das Ziel ist feindlich. Da sind Leute drin. Oh, die Blicks sind ja übel. Ja, ich sehe ihn auch links laufen gerade. Hier. Hab den Feind im Visier. Ich hab einen K.O. Das war so viel Pech. Ich kann's dir gar nicht sagen. Oh, von hinten piek. Okay, wo wir gekommen sind, glaube ich. Direkt über uns sind doch Leute. Ja, ja. Sind die noch weiter hoch? Ah, einer ist runter. Danke. Noch einer, noch einer. Noch einer. Ja, der ist cracked. Der ist cracked. Was platen. Ähm, was war der jetzt? Über Erdbegier oder was? Ja. Du bist gerade hochgesteppt, ne? Ja. Hanni, hier kommt einer hoch bei dir. Ja. Und über der andere nach oben. Den haben wir. Ich hab den anderen nur... Okay, nice. Wir sind sogar in der Zone hier. Ist draußen auch. Nee, wir haben Erdbegier. Gerade aus. Nein, er hat mich gesteckt. Ich fass es nicht. Ich hab halt nur ne Marco, Mann. Bin ich so schlecht? Ja, nee, sind die Waffen geklischt, ja? Starkes Ding. Geiles Ding. Sorry, dass ich grad nur noch hinfalle. Alles gut. Das ist weg. So will ich gleich auch abgehen. Wo ist der andere? Auch dort. Da oben. Links, links. Der ist tot. Krass. Ich musste runter. Noch so viele Leute. Mhm. Ja, hier ist einer. Sind die oben? Ja, auf dem Dach. Ich hab grad ein Stück von seinem Rücken gesehen. Einer tot. Okay, das war schon direkt. Dann unter uns, I guess. Hier ist er auch. Hier ist er auch. Die waren unten dann. Cheap break. Oh, das ist ein Full-Team. Vorsicht. Ja, ja. Das letzte Team. Ja. Einer weg. Komm her. Nein, der ist der letzte hier. Fuck. Der ist hinten raus. Let's go. Let's go. Alter, Hengi hat richtig aufgeholt am Ende. Ja, ich hab nur gemerkt, wir haben jetzt am Ende in Gebäuden gekämpft. Da kann man die Waffe gar nicht mithalten. Äh, ich bin jetzt raus. Okay, tschüss. Hau rein. Hat Spaß gemacht, Mann. Ja, ne wieder. Auf jeden Fall. Schönen Abend noch.